Willkommen! Evangilich Monte habe ich heute für Sie als Eckgarnitur in einem ganz feinen Segeltuchstoff dunkelbraun. Eine Garnitur, die auf der Messe ausgestellt war, in der Formation hier, Preissitzer und Eckanbausofa mit offenem Abschluss. Ja, was kann man zu Monte sagen? Sie haben erstmal einen festen Sitzkomfort und so wie ich das mit meinem Hinterteil erspüre, in Federkernausführung. Sie haben feste Rückenkissen, feste Sitzkissen, da kann nichts wandern, nichts weggehen. Sie haben die Möglichkeit, ganz leicht hier aufzustehen. Sie haben trotzdem feine Füße darunter, damit man unten durchsaugen kann. Eine hohe Bequemlichkeit, durch diese weiche Armlehne kann man sich hier wunderbar bequem machen und Sie haben hier einen eingearbeiteten Bettkasten, sehen Sie, mit Vorziehbett. So, jetzt kann man natürlich hier schlafen oder ausruhen. Ja, oder wenn mal jemand krank ist, ist es absolut ein Bett oder ein Gästebett und man kann natürlich auch noch besser relaxen. Der Preis ist heiß, die Garnitur auch. Wenn Sie jetzt jemand sind, der gut sitzen will, vielleicht auch noch ein Notbett braucht und eher das aufrechte, ergonomische Sitzen liebt, das, was ich jetzt gerade nicht zeige, dann ist diese Garnitur vielleicht was für Sie. Schauen Sie auf die Details. Sie werden begeistert sein. Dankeschön und Tschüss.